Die erste Ausstellung im renovierten Kaisersaal zeigte Architekturfotografie. Dinge, die jeder sehen kann und die auch jeder fotografieren kann. Und deshalb wollten wir in unserer zweiten Ausstellung das zeigen, was eigentlich keiner sieht, was jenseits des Sichtbaren liegt und womit sich Mikrofotografen beschäftigt haben. Das heißt, wir zeigen die Dinge, die man nur erkennen kann, wenn man durch das Mikroskop sehen kann. Was bedeutet eigentlich Mikrofotografie? Sind das nur kleine Dinge oder kann man auch etwas anderes mikrofotografisch aufnehmen? Wie weit reicht das Spektrum? Es sind wirklich die ganz kleinen Dinge, die Dinge, die man mit dem normalen menschlichen Auge nicht sehen kann. Man braucht also als erstes technisches Hilfsmittel das Mikroskop. Vom Lichtmikroskop bis zum Raster-Elektronen-Mikroskop geht das, also bis in die Atomgrößen. Und auf der anderen Seite braucht man dann Kameras, womit man dann das Bild, was man von diesen Mikroskopen erhält, aufnehmen kann, um es dann wieder groß zu machen, um es in einer Ausstellung wie dieser hier zeigen zu können. Solche Mikrofotografie hat ja häufig ganz unerwartete ästhetische Reize, aber sie folgt wahrscheinlich meistens bestimmten Zwecken. Was ist sozusagen der Anwendungsbereich von Mikrofotografien? Wir bewegen uns hier in der Ausstellung zwischen Wissenschaft und Kunst. Das heißt, auf der einen Seite sind es Wissenschaftler, die forschen wollten und die mithilfe dieser Fotografien ihre Forschung belegt haben wollten. Berühmt wäre zum Beispiel Robert Koch. Von dem zeigen wir Schimmelaufnahmen, also Schimmelpilze, die aber von ihm dann doch so aufgenommen wurden wie Blumenwiesen. Das heißt, einerseits wollte er damit etwas beweisen, auf der anderen Seite wollte er aber auch vielleicht schöne Aufnahmen machen. Und dann gibt es Dinge, die Künstler gemacht haben, die sich der Mikrofotografie bedienen, die also gesagt haben, da gibt es etwas, was ich nicht anders zeigen kann, als mithilfe des Blicks durch das Mikroskop und die Mikrokamera. Und damit mache ich meine eigenen künstlerischen Prozesse sichtbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.